Das beste Gleisesystem der Welt hat endlich eine Bettung erhalten. Ja, ich weiß, Vorsicht mit den Superlativen, aber für mich ist das Pico A-Gleis das beste der Welt. Es hat eine einfache, dennoch sehr vielfältige Geometrie, ohne dass man irgendwo mit Millimeterstückchen ausgleichen müsste, wie etwa bei Rokolein. Außerdem bekommt man von der Dreiwegweiche bis zur Y-Weiche so ziemlich jedes denkbare Gleiselement. Und dann hat es auch noch ein absolut unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Nur auf dem Paket hat es sich bislang nicht so geeignet, zu instabil die Verbindungen, als dass man da Großfreude daran gehabt hätte. Erhältlich ist das Bettungsgleis in der vom A-Gleis bekannten Verpackung, die sich durch einen lila Verlauf von dieser unterscheidet. Identisch sind hingegen die Farbmarkierungen, beispielsweise grün für Weichen, blau für Bögen oder orange für die Geraden. Das Gleis selbst ist identisch mit dem ohne Bettung. Es verfügt also über feingravierte Holzschwellen, detailliert nachgebildete Kleineisen und eine Profilhöhe von 2,5 Millimetern. Neben den labbrigen Bogenweichen einer der beiden Hauptkritikpunkte am Pico-Gleis. Da der Schienenkopf aber nur 0,8 Millimeter breit ist, macht es dennoch einen sehr vorbildgerechten Eindruck. Den Kritikpunkt kann ich daher so nicht stehen lassen. Bei den Bogenweichen bin ich da schon eher bei den Kritikern. Die Bettung selbst ist mit Schrauben befestigt. Diese sieht man auch deutlich in den Schwellen. Man hätte sich in Sonneberg sicherlich auch für eine Lösung entscheiden können, ähnlich dem Rokoleingleis mit Bettung, das sich völlig ohne Werkzeug demontieren lässt. Der Schraubenaussatz hat aber den Vorteil, dass man auch bestehendes A-Gleis mit einer Bettung nachrüsten kann, so es sie denn auch irgendwann einzeln zu kaufen geben wird. Und es bedurfte keiner neuen Formen für die Schwellenbänder. Den Anspruch mit Modellgleisen wie dem Tillig-Elite-Gleis oder dem Weinhard-Main-Gleis mitzuhalten, dürfte man bei Pico-E nicht haben. In Konkurrenz dürfte sich Pico eher zum Fleischmann-Profi-Gleis, dem Trix-C-Gleis und dem schon angesprochenen Rokoleingleis mit Bettung sehen. Und spätestens bei den Weichen ist die Stecklösung von Rokko kein Vorteil mehr. Während sich die Pico-Weiche komplett zerlegen lässt und man somit das Schotterbett farblich getrennt vom eigentlichen Gleis behandeln kann, ist bei der Rokko-Weiche spätestens beim angelödeten Herzstück-Polarisierungskabel Schluss. Auch finde ich die in der Bettung des Trix-Gleises vorgesehenen Vertiefungen für die Befestigung deutlich unschöner als die Schrauben in den Schwellen des Pico-Gleises. Und dem Fleischmann-Profi-Gleis fehlt es in meinen Augen am Böschungswinkel. Top sind die beiden hingegen bei den Schienenverbindern. Sowohl Fleischmann als auch Tricks ermöglichen einfaches Zusammenstecken, ohne dass man sich zu viele Gedanken darüber machen muss, ob die Schienenstöße plan aneinander liegen. Anders bei Pico. Die Schienenverbinder sind so schon eine Zumutung. Jetzt muss man auch noch darauf achten, dass auch die Verbindung im Bettungsgleis sauber sitzt. Ähnliches gilt für Rokko, auch wenn hier die Verbindung in der Bettung aufgrund ihrer Ausführungsart mehr oder weniger automatisch mit einrastet. Aber sowas will man natürlich unter gar keinen Umständen haben. Wäre schön, wenn man sich bei Pico als nächstes die Schienenverbinder zur Brust nimmt und diese überarbeitet. In den Bereich Fummelkram fällt auch das Anschlussgleis. Anders als beim A-Gleis ohne Bettung gibt es kein fertig montiertes Anschlussgleis, sondern nur eines mit der entsprechenden Aussparung. Die Anschlussklemme muss man selbst montieren. Damit das Ganze nicht in der Luft hängt, gibt es einen Sockel zum drunterstecken. Einen solchen gibt es auch für die Weichenantriebe, wenn man den welche montiert. Anders als die völlig starre Bettung des Trix-C-Gleises besteht diese beim Pico-A-Gleis aus einem festen, aber dennoch flexiblen Kunststoff. Ich persönlich war darüber etwas überrascht, denn ich hatte eher etwas in der Flexibilität des Rokkoleingleises erwartet. Denn wie dieses auch muss man die Pico-Bettung im Bereich der Weichen zuschneiden, da es sonst zu Überlappungen kommt, die verhindern, dass sich die Schienen verbinden lassen. Die Schnittkanten sind auf der Bettungsunterseite markiert. Man wird den Eindruck nicht los, da hat sich jemand über das Auslaufen des Patentschutzes für das Rokkoleingleis mit Bettung wirklich gefreut. Die Bettung lässt sich problemlos mit einer Schere schneiden. Ich persönlich fand es angenehmer, vom Schienenende ausgehend zu schneiden, als unten von der Böschungskante her. Pico hat mit der Bettung für das A-Gleis einen meiner Meinung nach längst überfälligen Schritt endlich getan. Das Gleissystem selbst überzeugt durch seine einfache, aber dennoch mächtige Geometrie und ist dadurch eigentlich prädestiniert für den fliegenden Aufbau auf dem Parkett oder auf dem Teppichboden. Dank der zusätzlichen Stabilität, die die Bettung dem Gleissystem verleiht, ist das nun endlich auch sinnvoll möglich. Und in Sachen Preis macht Pico da weiter, wo sie beim A-Gleis ohne Bettung aufgehört haben, am unteren Ende der Skala. Jetzt gilt es, die Anzahl der Gleiselemente auf den Stand des regulären A-Gleises zu heben. Denn derzeit gibt es lediglich die zwei kleinsten Radien R1 und R2, Weichen sowie Bogenweichen, den Ausgleichsradius zur Weiche und die Gerade. Derzeit entsteht ja hier, wie angedeutet, ein kleines Testareal aus diesem Gleissystem und demnächst machen wir auch mal wieder was mit Containern. Versprochen. Untertitelung des ZDF, 2020